Der Moment, in dem man den Boden unter den Füßen verliert, ist beängstigend. Aber wer seinen Traum vor Augen behält, vergisst bald, dass ihm die Schwerkraft je etwas anhaben konnte. Manchmal ist es die Tat allein. Der Fakt ist, dass man Kontrolle über sein Schicksal übernimmt, die einen selbst verändert. Wo zum Teufel ist James? Da, wo er hingehört. Genau wie ich. Was machst du hier? Wir haben noch genau drei Stunden, bis dein Geburtstag zählen ist. Ich würde vorschlagen, dass wir die Zeit genießen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe mit Lexington gesprochen und wenn die Party heute Abend so läuft, wie ihr wünscht, darfst du ab sofort zurück aufs La Crosse-Feld. Was? Ruby, Jemima, Belle. Die Sicherung muss rausgeflogen sein. Der Kasten ist neben der Treppe im Westfügel. Die Sicherung muss rausgeflogen sein. Das war dann wohl deine letzte Amtssendung fürs Comedy. Es hat mich gefreut, mit dir zusammenzuarbeiten. Das klingt, als würdest du dich von mir verabschieden wollen. Das klingt, als würdest du dich von mir verabschieden wollen. Das klingt, als würdest du dich von dir. Der Kasten wird nicht nur dieses Abwaren alert.